In diesem Video stelle ich euch die neue 20-Euro-Münze Tapferes Schneiderlein vor. Sie wurde am 16. Mai 2019 offiziell verausgabt und ist die 8. Ausgabe zur Serie 200 Jahre Grimms Märchen. Die Münze wurde in der Prägestätte Karlsruhe geprägt, trägt somit das Münzzeichen G. Sie besteht aus 925er Silber mit einem Gewicht von 18 Gramm und einem Durchmesser von 32,5 Millimetern. Der Entwurf für das Motiv stammt von Marianne Dietz aus Berlin. Die Randinschrift der Münze lautet 7 auf einen Streich. Somit ist dieser Satz in der alten Schreibweise geschrieben. Soviel auch schon von mir zur Vorstellung der 29-Euro-Münze. Weitere deutsche Münzen findet ihr in den Playlists im Abspann. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.